Maria Immo ist eine österreichische Schauspielerin, Leben, die Tochter des Filmregisseurs C. W. Immo und der Schauspielerin Anita Doraris erhielt ihre künstlerische Ausbildung 1952 bis 1954 am Max-Reinhard-Seminar in Wien. Sie spielte jugendliche Liebhaberinnen am Theater in der Josefstadt und am Wiener Volkstheater. Später war die blonde Schönheit eine gefragte Gast-Schauspielerin als Interpretin von klassischen Stücken an verschiedenen Bühnen in Europa und Südamerika. Bei den Salzburger Festspielen wirkte sie 1963 in der Rolle der Buhlschaft mit. Im Kino waren Maria Immos Auftritte relativ selten. Sie erhielt Hauptrollen in den Literaturverfilmungen Bellamy, das Mädchen vom Moorhof und Herr Puntiller und sein Knecht Matti. In der amerikanischen Produktion Hitler übernahm sie die Rolle der Eva Braun. In späteren Jahren war sie auch in Fernsehspielen und Serien zu sehen. Maria Immo lebt in Hamburg und arbeitet als Professorin für Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Filmografie 1955 Ja, so ist das mit der Liebe. 1955 Bellamy 1955 Herr Puntiller und sein Knecht Matti 1958 Das Mädchen vom Moorhof 1962 Hitler 1963 Nikolaus von Flühe Pazem in Therese 1963 Verkündigung 1964 Die Wohnung 1966 Woizek 1966 Der Weibshäufel 1971 Elisabeth von Österreich 1972 1972 Tatort Die Samtfalle 1975 Tyrande oder der Kongress der Weißwäscher 1980 Tatort Der Gelbe Unterrock 14 Ohne safi hier auch painter